Die, die ist komplett am SIDESTAPTEN Die smuffed Die ist legit am scripten Ich glaub, die ist wirklich am Scripten Jetzt mal No Joke Die ist legit am Scripten Er hat sich im Backport umgedreht Und deswegen ist er nicht gestunt worden Das ist doch lächerlich Habt ihr das gesehen? Er hat sich bei seinem Backport, die Animation vom Backport, hat ihn umgedreht und deswegen ist er nicht gestunt worden. Der hat 100%. Das ist so, holig, also das ist wirklich der most obvious Hacker, den ich bisher gesehen habe. Von allen, die ich mir angeguckt habe. Und ich finde, ich bin da relativ... What? Warte, jetzt ruhig mal. Alter, das wird einfach mit jeder Runde aufsichtlicher. Jetzt fuhre ich aber mal rein. Okay. Digga, ich habe den Fisch gehabt in meiner Ultimate Ge-Deutsch, hast du das gesehen? Ja. Das war ja absolut insane. Ich gehe für Stun, mal hier. Oh, ja, ich exhauste. Ich habe keine Damage mehr jetzt. Auto-Attack! Ich habe noch hier. Ich habe noch Heal. Ich habe noch Heal. 4 Sekunden Stun erst. 2 Sekunden. Ich habe nichts mehr. Ah! Hätte gesessen. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Oh, ja, ich bin wahrscheinlich down jetzt. Ich habe noch Heal. Okay, ich werde festen. Hier sieg uns slow, hier sieg uns slow. Ich habe noch Flash. 2 Sekunden dann. Irgendwie der falschen... Oh mein Gott, ich werde vom Power gefehlt. Hast du Q noch? Nee. Und Lee Sin kommt? Lee hat keinen Flash? Nice. Der Lee Sin war stets bemüht. Oh! Actually insane. Das war actually insane von Lee. Ja, ich habe jetzt im ersten S1 nicht so wirklich einen Gameplan. Naja, egal. Das ist nur der erste Luten-Promo. Aber so sehen legit so viele Xerat-Games von mir aus. Botlane ist fein, das ist gut. Und der Rest... Ich habe irgendwie das Gefühl, so sieht jedes Botlane-Game aus. Ja. Ja. Egal welcher Champion ich bin. Außer man spielt Selbstkidung wie Draymond Nautilus oder so. Oh mein Gott, das war bad von mir. Draymond Flash ist down. Lulu Flash ist down. What? Nice. Schöne Ulti. Kobe! Du nimmst den Kill, ich den kenn. Okay. Kriegen wir irgendwas? Nice. Den Echo auch noch. Ja okay, ich bin eigentlich fein damit. Ich muss halt beide Sammler nutzen. Alright. Vielleicht kriegt den Kill noch? Nice. Nice. Das war actually ziemlich nice. Das ist auch richtig huge. Ich habe sogar den Kill gekriegt, deshalb habe ich jetzt mein... mein Item. Na, auf ein gutes Play folgt immer ein In-Play, das kennen wir nicht anders. Ja, wem schon. Oh, die Kalissa entert jetzt aber auf. Oder? Dann kann die bitte sterben. Nice. Ich muss aufpassen, die kommen jetzt aus der Base. Gleich kommt auch unsere Wave, dann kann die Irelia uns aufnehmen. Das frag ich dir auch gar nicht, dass Yasuo und Irelia dich halt kennen. Ja, einfach nur, weil die Wave existiert. Das ist einfach deine Minions gegen dich spielen. Alpha? I guess. Also, er spielt selbstbewusst. Also, er spielt selbstbewusst. Ich bin auch nicht gepunigt dafür, oder? Ich hab sie. Nice. Oh, Irelia top. Ich glaube, er kann sogar halten mit seiner Q-Jäger. Okay, die Kalissa tippt dahin. Können wir eigentlich killen, oder? Er killt sie? Ja, maybe. Ich habe nicht mehr viel machen, oder? Ja, ich würde auch nochmal basen. Ja gut, wir haben gerade um einiges mehr Kills gekriegt. Oh, wir haben sie fast. Wir haben sie fast. Stimmt. Bei mir ist es halt, ne? Wir traden halt ganz gut, aber wir werden halt trotzdem überall reingepusht. Noch Kalissa? Nice. Ich bleib downrun. Habst du das Slot-Kicker? Draven? Schön. Das soll der Harald sein, oder? Nice. Ja, das ist nicht ganz schön. Oh, nice. Vielleicht Simen. Oh, 80 HP. Oh, wait. Ah, das war das Dominating. Ich dachte, das war das Nischer. Ja. 80 HP, man. Das war so close. Ah, fuck. Ich dachte, dass ich ihn bekomme. Das war so knapp. War ich exhausted? Nice. Okay. Kalissa, Kalissa? Oh, ist es dies. Das ist halt eben. Amin, wir gewinnen also. Anscheinend machst du es ja trotzdem irgendwie. Ah, in dem Fall habe ich... Oh no. Oh. Ah, lucky an der Stelle. Okay, den Turm haben sie. Irgendwann musst du mit an. Ah, Seine schminkt rein. Oh, nice. What? Wie ist das gerade passiert? Ich komme da eh nicht mehr ran. Nice. Ja, haben Sie doch. Ist das Nash? Ne, ja. Eine Minute, leider Nash. Ich bin mir echt sicher, dass wir es gewinnen würden. Egal wie die Flanken. Ah, okay. Die Dudu will wohl auch, dass du gewinnst. Die bei mir, ich brauche Hilfe. Ah, ich habe gerade die Relia auf mir. Ich musste plötzlich mit der. Okay, ich gebe beide. Ja, sterb dafür, aber ich habe beide Goals. Ich habe den Kick. Ah, der Leaston ist komplett hemmen gegangen, leider. Oh, nice. Ah, schade. Soll es, glaube ich, gehen. Hm. Ah, Leaston ist innen kurz. Ja, von der Sterben jetzt. Oh, Draven. Den können wir kriegen. Oh. Fuck, jetzt schotzt ich mich. Ah, unlucky. Oh, das war mich jetzt aber schon traut, dass wir das Game verlieren. Bin ich ehrlich. Oder vielleicht nicht. Ja, Carriable. Okay. Ah, schade. Och, Mann. Ich habe so gut gespielt. Ja, bis Deathless rausgegangen. Ja, was soll ich machen? Okay, nice. Ich trieße mich gut. Mit dem Du. Sooooom, die Legende. Ich hatte noch nicht einmal in meinem Game. Du Myth, The Legend. Wo ist der Thresh, ist die Frage. Fängt der uns jetzt hier ab? Aber wir haben Pink. Ah, ich glaube nicht, dass das so schnell war. Ich bin eigentlich Six. Maybe können wir den runterrennen mit Echo. Hm, ich glaube es auch gleich. Oh, wir können den runterrennen auf dem Fall. Ne, ne, wir können das. Ich habe Exhaust und Six. Ich gehe zurück. Der hat keinen Flash. Nice. Let's go, boys. Na, der Gempeak war hier insane. Ich sag's, die ist das, Jungs. Wow. Oh mein Gott, was ein Spieler. Oh, Renner? Okay, jetzt rennen sie aber. Oh Gott. Alles gut. Wie hab ich denn das gerade gemisst, Alter? Oh, der Silas braucht Hilfe. Oh, oh, no. Oh, no. Ich bin down. Oh, er hat kein... Obwohl er hat die Ulti noch. Oh, der TP jetzt. Ich habe keinen Mahn auf. Ah, das war Sim 3. Der fehlt jetzt da kein Flash. Ich muss nur Auto attacken. Ja, sag ich ja, Alter. Auf Zoom kann man vertrauen. Oh, okay, die sind schon drauf. Das ist natürlich ein Lucky. Ah, 200 Jahre. Da wurdest du Aphelios. Okay, Zoom. Hat der... Hat der ganz sicher. Da bist du exhausted. Ich kalt nach hinten. Oh, no. Oh, fuck, war das noch viel Kombo von denen. Naja, er hat halt Flash eh gedrückt. So, keine Ahnung. Es war schon gut gemacht. Aber er hat halt am Ende eine Taste gedrückt, ne. Aber war schon nicht schlecht, ne. Oh, der hat zwei Ultis-Tasten. Oh mein Gott. Das war bad von mir. Ich bin nicht schnell genug, glaube ich. Oder? Krass. Ach. fill das Turn. Ah. Ah, Fitzwilter ey. Das ist wieder ein Champion in das ganze Game entscheidet. Oh. Eine kacke. Ich bin stuck an den Minions. Actually, Rape was down, oh mein Gott, ja gut, ist trotzdem winnable, ja, nice, wir haben den fight, Orianna Flash, ja daraus ist jetzt halt nicht mehr unkillable, das ist richtig gut, ich bin grad ziemlich, oh mein Gott, ja das war ein von mir, Ich komme halt nicht rein in den Fight, leider, ich kann halt nicht autotanken so, keine Ahnung, 3 Sekunden noch sind von mir, ach er hat Flash, na klar hat er Flash, warum hat er denn Flash und ich nicht, ich hab jedes Mal geflasht, wenn er geflasht hat, wieso hat er Flash und ich nicht, ach schade, heute soll es einfach nicht sein, Vielen Dank.